Herr Brabant, es wird berichtet, dass die Verletzten mehrheitlich Bisswunden erlitten haben. Bisswunden von Menschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Polizei auf so eine Situation wirklich vorbereitet ist. Die Berliner Polizei ist auf solche Situationen bestens vorbereitet und wird die Lage innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle bringen. Schließen Sie Ihre Türen ab, halten Sie Radios und Fernsehgerät auf Empfang und warten Sie auf Hilfe durch die Behörden. Bewahren Sie Ruhe und verlassen Sie nicht Ihre Räumlichkeiten, um nach Freunden und Verwandten zu suchen. Helfen Sie einander, aber bringen Sie sich nicht unnötig in Gefahr. Danke, Herr Brabant. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren. Ich will einen Kaffee haben. Sie hören Sie zwei waren eindringlich davor, die Häuser zu verlassen. Oder Wasser. Mit einem Wort, in Berlin herrscht Ausgangssperre. Bitte halten Sie Ihre Fernsehgeräte eingeschaltet.